Einfahrt, Campingplatz Inbock, Abfahrt von der Autobahn 7 Das kleine Lädchen vom Campingplatz Und schon kommen auch Wolfgang und Doris sowie Pia und Robert im Adria Danja und Thomas waren very busy und konnten leider nicht teilnehmen Hier konnte man schon hören und sehen, wie die Planung vorangeht für das Abendbrot und für das Frühstück für den nächsten Tag Und man diskutierte und machte und stellte um Der Campingplatz eigene Badesee Hier konnte man eigentlich nicht drin schwimmen Aber am nächsten Tag haben es doch einige versucht Ein paar mutige Der Laden vom Campingplatz von hinten gesehen Hier der Blick auf die Dauercamper Der Ausgleichsteich des naheliegenden Waches Und dann kam auf die Dauercamper Und dann kam auf die Dauercamper Am 18.05. war eine kleine Party geplant. Es wurde vorbereitet, grillen, etwas trinken und etwas Musik. Wir warten auf unser Essen. Und Wolle erklärt uns, wie es läuft. Wolle auf dem Weg zum Grill. Ein größeres Lagerfeuer zum Grillen von Stockbrot. Die Kinder hatten riesen Spaß. Nicht, Wolfgang? Inzwischen haben wir auch unser Essen wieder gestreckt. Wie war noch gleich die Qualität des Essens? Wir saßen alle noch ein wenig zusammen. Und gleich folgt die Vorstellungsrunde. Von links, Tine, Doris, Pia. Vorne links, Wolfgang, Horst, Robert. Ab zu den Wohnmobilen. Erst nochmal Pipi machen. Die Stimmung des Platzes noch mitnehmen. Und am nächsten Tag zum Riechen nach Soltau fahren. Vielen Dank für Gucken ohne Zucken. Es war ein schönes, längeres Wochenende mit euch. Mit einem schönen Abschluss beim Riechen. Mit den Taxifahrern wurden wir uns natürlich auch einig. Und wir sehen uns wieder im Oktober 2024. Ciao. Jetzt einen schönen Tag. ón